Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, der uns diesmal weit in die Vergangenheit zurückführt, mehr als 60 Jahre lang. Und weit von Deutschland wegführen wird. Ja, ausnahmsweise weit von Deutschland wegführen wird. Also räumlich und zeitlich. Ja, er knüpft ein bisschen an an Fälle, die wir schon erzählt haben, nämlich an große politische Morde. Ja, wir haben ja so ein Trio gemacht, nicht, mit Jitzag Rabin. Ja, wäre der nicht ermordet worden, hätten wir vielleicht heute nicht die Situation, über die wir gerade reden, in Israel und Palästina. Ja, das ist wahr. Das ist jetzt sozusagen der vierte und fünfte Teil des politischen Wahnsinns, der sich eben auch in schrecklichen Kriminalgeschichten ergießt. Aber eigentlich ist das eine Geschichte des Aufbruchs, eines hoffnungsvollen Aufbruchs jedenfalls. Die Überschrift lautet Afrikas kurze Hoffnung, die Überschrift über diesen großartigen Text, der damals ein Dossier war in einer Serie, Sternstunden der Menschheit. Darum haben wir das eigentlich erzählt. Ja. Und du musst jetzt unseren Autoren vorstellen. Der Autor ist ja nicht zum ersten Mal da, der war ja mindestens schon einmal da. Bastian Berbner, du hast damals, glaube ich, über das Gehirn des Psychopathen philosophiert, als du das letzte Mal da warst. Außerdem kann man dich auch in den Pfarrerstöchtern hören. Jedenfalls ein Text von dir wird dort in der Folge Der Tod des Mose und sein Erbe verlesen. Auf diesen Text werde ich immer wieder angesprochen, gerade jetzt, wo es um Israel und Palästina geht. Ja, über die Anfänge des Staates Israel. Genau. Die du da wirklich meisterhaft erzählst. Und jetzt sind wir aber bei einem schlimmen Verbrechen, bei einer schrecklichen, grauenhaften Geschichte, die im Kongo stattgefunden hat. Und zwar im Jahr 1960. Da waren wir beide noch… Nicht geboren, ich jedenfalls. Ja, ich war auch noch nicht geboren. Also wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also wir waren alle noch nicht geboren, wie wir hier im Raum sitzen, alle vier. Denn bei uns ist ja auch Frieda Morische unsere Producerin. Die sagt nur nie was. Sondern passt auf, dass wir… Kein Unsinn reden. Kein Unsinn reden. So, jetzt schieß los. Bastian Berbner ist Redakteur und Reporter im Dossier der Zeit und einer der wirklich großartigsten Edelfedern dieses Blattes. Und man muss dazu sagen, die Geschichte, die wir jetzt erzählen, hat was mit ganz persönlichen Begegnungen zu tun. Ja, mit sehr vielen. Auch wenn dieser Fall schon lange zurückliegt und historisch ist. Es ist ja nicht so, dass Zeitreporter dann anfangen in Bibliotheken zu gehen und Bücher aufzuschlagen und die Geschichte aus dem Papier nachzuerzählen. Nein, nein. Sondern sie gehen auf die Suche. Und du warst auch auf der Suche. Also ich muss dazu sagen, ich war auch in Bibliotheken und auch in Archiven. Natürlich. Aber tatsächlich habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht nach Zeitzeugen. Das ist sehr lange her. Es gibt nicht mehr besonders viele, aber es gibt sie noch teilweise. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach der Kindergeneration, sozusagen nach dem Nachkommen der Menschen, um die es in diesem Text ging. Und das waren natürlich hauptsächlich die Kinder von Patrice Lumumba, dem ersten kongolesischen Premierminister, also quasi, der diesen Staat mehr oder weniger in die Unabhängigkeit geführt hat von der belgischen Kolonialherrschaft und um den es in diesem Dossier hauptsächlich ging. Eine unfassbare Hoffnungsgestalt. Aufgeladen in ganz Afrika quasi. Wenn du heute unterwegs bist, kriegst du das, glaube ich, immer noch. Wiedergespiegelt. Nationalheld, so eine Jahrhundertfigur, so eine Sehnsuchtsgestalt. Jemand, der die Fesseln abstreift und der in die Freiheit führt. Und warum hast du dich überhaupt für ihn interessiert? Am 5. Januar 2023 ist ja dein Dossier erschienen. Wie kommt man darauf, im Jahr 2023 etwas zu schreiben, was sich im Jahr 1960 zugetragen hat? Ihr hattet ja gerade erwähnt, dass der Text erschienen ist im Kontext dieser Sternstunden der Menschheit-Serie. Und Patrice Lumumba hat eine Rede gehalten. Zwölf Minuten lang. An einem Tag im Juni 1960. Und diese Rede, haben wir gedacht, ist eine Sternstunde der Menschheit. Eine Sternstunde der Menschheit. Also das lohnt sich eigentlich immer, dir zu erzählen. Weil sich an diesem Tag und in der Figur Patrice Lumumba und vielleicht sogar in diesen zwölf Minuten am 30. Juni 1960 so viel Weltgeschichte bündelt, dass es einem schwindelig werden kann. Der Lumumba gehört fast in die Linie der ganz großen Redner wie Martin Luther King oder Barack Obama. Oder Churchill. Der wird immer in einem Atemzug mit diesen Männern genannt. Patrice Lumumba ist eigentlich eine unfassbare Figur. Der stammt aus einer eher armen Familie in der Provinz, war Postangestellter, war dann langer Brauereiangestellter, hat Bier verkauft in den Straßen von Leopoldville. So hieß damals noch die Hauptstadt der belgischen Kolonie Kongo, heute Kinshasa. Das heißt, der hatte so ein relativ einfaches Leben und ist dann innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren kometenhaft aufgestiegen als einer der großen Denker dieses Landes. Und hat dann eine politische Karriere hingelegt, die Wahlen gewonnen im Mai 1960 aufgrund seines großen Charismas. Er hat das irgendwie geschafft in diese Aufbruchsbewegungen hinein. Wir müssen uns erinnern, wir sprechen jetzt im Jahr 1960 von der größten Dekolonialisierungsbewegung Afrikas. Also der ganze Zeitgeist atmete sozusagen Freiheit von der kolonialen Herrschaft. Ghana war unabhängig geworden drei Jahre zuvor. Guinea war unabhängig geworden ein Jahr zuvor. Und jetzt im Jahr 1960 folgten gleich 17 Länder, inklusive eben dem Kongo, dem vielleicht wichtigsten von allen. Und Lumumba war einer, der hat das verstanden, was damals passierte. Nicht nur im Kongo, sondern in ganz Afrika. Und konnte wie kein anderer dieses Gefühl ausdrücken und die Menschen irgendwie überzeugend von dieser Idee, wir müssen jetzt unabhängig werden. Und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Aber es gibt Gegenspieler und zu den Gegenspielern gehören unter anderem manchmal auch die alten kolonialen Mächte. Weil die eben einerseits wissen, sie können gar nicht anders, als ihre Kolonien in die Freiheit entlassen. Aber andererseits auch nicht loslassen wollen. Und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Denn der Kongo war reizvoll ganz am Anfang für die Belgier. Wann sind sie da rein? Ich glaube 1885 begann das ungefähr? Exakt. Ja. Und das erste Ziel und das erste Begehr war Elfenbein. Und dann ging es weiter. Also du hast auch die Geschichte dieser Ausbeutung erzählt. Also die Kolonialgeschichte in Afrika ist ja an Grausamkeiten nicht arm. Aber die Geschichte Belgiens im Kongo sticht dann nochmal heraus. Ganz berühmt ist ja das Herz der Finsternis von Josef Konrad, der damit auch die Gräueltaten der belgischen Besatzung im Kongo berühmt gemacht hat. Und auch dazu beigetragen hat, dass das dann aufhörte. Das hat ja richtig Furore gemacht, dieses Buch. Ja. Ist natürlich auch nicht unumstritten wegen der vielen Afrika-Stereotype und Klischees, die es transportiert. Das Herz der Finsternis. Schon im Titel steckt ja sozusagen dieses alte Narrativ vom dunklen Kontinent und so weiter. Insofern muss man mit dem Buch auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. Er sagt ja auch, dass die Mächte des Urwalds dann auf die Europäer übergreifen und dass die den Verstand verlieren. Auch dadurch, das meint er auch mit dem Herz der Finsternis. Also nicht nur das Herz der Europäer, meint er damit. Aber es ist tatsächlich so, dass im Kongo zunächst ja gar nicht Belgien, sondern tatsächlich der König Leopold. Das war ein Privat. Der zweite. Der Kongo war sein Privatbesitz. Man muss sich das vorstellen. Der Kongo ist so groß wie Westeuropa. Riesig, riesig, riesig. Und der gehörte einem Mann, nämlich dem belgischen König. Nicht der belgischen Regierung oder dem Land Belgien, dem belgischen König. Und der hat nie einen Fuß da reingesetzt. Der hat das quasi aus Belgien heraus ausgesaugt regiert und verwaltet. Und ausgesaugt ist eigentlich das Wort, was besser passt. Man schätzt, dass in den ersten 25 Jahren dieser Kolonialherrschaft zehn Millionen Kongolesinnen und Kongolesen zu Tode gekommen sind. Auf brutale Weise. Also es ging los, wie du es gesagt hast, Andreas, mit Elfenbeinen. Es ging dann später weiter mit Kautschuk, was dann Anfang des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen gefragt war. Gummi, ne? Es gibt unterschiedliche Kautschukarten und unterschiedliche Arten, sie zu ernten, den Kautschuk zu ernten. Aber dort war es eben so, man musste in die Wipfel der hohen Urwaldbäume steigen und mit einem Messer oder einer Machete diese Lianen anschneiden, sodass der Kautschuk, das Gummi dann daraus tropfte in Eimer hinein. Es war echt harte Arbeit und das wurde dann über Kilometer, hunderte Kilometer teilweise aus dem Urwald heraus an die Küste getragen und nach Europa verschifft. Und die Arbeit machten Sklaven letztlich. Kongolesen und Kongolesinnen, die zur Arbeit gezwungen wurden und zu Millionen dabei starben. Ja, man kann ja mal googeln, Bilder von Genozid Kongo. Da kann man sich die Bilder anschauen von den Verstümmelten, die nicht genug Kautschuk geerntet hatten und denen man dann die Hände abgehackt hat. Ja, die rechte Hand, das war die Standardstrafe. Die wurden da alle fotografiert und dahinter steht oft noch ein weißer Kolonialherr und schmunzelt in die Kamera. Also widerwärtig, wie da umgegangen worden ist mit den Leuten. Das beschreibt natürlich Konrad sehr, sehr schrecklich und deutlich. Und es gibt auch eine Aufzeichnung des amerikanischen Abgesandten George Williams, der 1890 im Kongo war, der also entsetzt geschrieben hat. Folgende Szene. Zwei belgische Armeeoffiziere erblickten vom Deck ihres Dampfers in einiger Entfernung einen Eingeborenen in seinem Kanu. Sie schlossen eine Wette um fünf Pfund ab, dass sie den Eingeborenen mit ihrem Gewehr treffen könnten. Es wurden drei Schuss abgefeuert und der Eingeborene fiel tot um, mitten durch den Kopf geschossen. Also die haben da so Tontaubenschießen auf die Bevölkerung des Kongo gemacht. Wir machen jetzt einen Sprung, denn damit habe ich diese Passage eingeleitet in das Jahr 1960. Da hat Belgien jetzt nicht mehr der König, sondern der Staat schon noch sehr massive Interessen im Kongo und es geht nicht um Elfenbein, es geht nicht um Kautschuk, sondern es geht um Bodenschätze. Ja, es gibt diese berühmte Geschichte, die man sich im Kongo erzählt, dass irgendwann, als der liebe Gott die Welt erschaffen hat, er so umher wanderte und die Reichtümer auf der Welt verteilt hat. Also das Gold und das Silber und die Diamanten und das Kupfer und so weiter. Und er hat auf allen Kontinenten etwas hinterlassen und irgendwann war er müde und musste sich hinlegen und ausruhen und das hat er im Kongo gemacht und dort sind dann quasi alle Bodenschätze, die noch übrig waren, geblieben. Und das heißt, was diese Geschichte ausdrücken, sollte sich die Kongolesen erzählen. Dieses Land ist unglaublich reich an all dem, was ich jetzt aufgezählt habe und noch viel mehr. Und für Belgien war das politisch und ökonomisch extrem wichtig, Zugang zu diesen Rohstoffen zu haben. Und deswegen war... Am besten umsonst. Natürlich am besten umsonst. Und deswegen war für Belgien völlig klar, okay, ja, wir müssen jetzt vielleicht den Kongo in die Unabhängigkeit entlassen, weil das geht irgendwie nicht mehr anders im Jahr 1960. Man merkte schon auch, woher der Wind weht. Aber so richtig wollen wir das natürlich nicht tun. Wir wollen schon die Kontrolle behalten. Und das war ein politischer Streit, der eben in den Monaten vor der Unabhängigkeit und dann natürlich, da kommen wir gleich drauf, sehr massiv auch nach der Unabhängigkeit tobte. Und Lumumba, Patrice Lumumba war sozusagen der radikalste Fürsprecher auf kongolesischer Seite für eine echte Unabhängigkeit. Der hat gesagt, nein, wir wollen nicht diese Pseudo-Unabhängigkeit, wie einige meiner Mitbewerber bei den Wahlen und so weiter und auch die Belgier. Wir wollen eine echte Unabhängigkeit. Und ich finde es jetzt gut, dass wir eben schon kurz über diese Geschichte mit Leopold und der Ausbeutung und der Brutalität gesprochen haben. Weil ich glaube, man muss das alles mitdenken, wenn wir jetzt über den 30. Juni 1960 sprechen. Also den Tag der Unabhängigkeit und auch diese zwölf Minuten, die ich eingangs erwähnt habe. Die zwölf Minuten, die unserer Meinung nach zu den Sternstunden der Menschheit gehören. Vielleicht sollte man vorher aber noch ein bisschen was über Lumumba sagen. Denn dass jemand auf einmal erstmal Bier austrägt und dann die weltbewegende Rede eines Jahrzehnts hält, das muss ja erklärt werden. Er hatte ja eine Bildung. Er kam ja aus einer Missionarsschule und er war extrem gut im Französischen. Er hat ein geschliffenes Französisch gesprochen. Dass er sich als manche belgische Besatzer hat. Genau. Und hat sich autodidaktisch mit Literatur und politischen Schriften selbst weitergebildet. Er war richtig hochintelligent. Es war ein hochintelligentes Kind, es war ein hochbegabtes Kind, das dann eben, als die Schule zu Ende war sozusagen mit ihrer Weisheit, dann selber weitergemacht hat und sich dann selbst ins Studium beigebracht hat in Politologie, Soziologie und Rhetorik. Genau. Also Abendschule, Autodidakt war in so ziemlich allem, was er angefasst hat, der Beste in diesen Jahren. Und hat dann tatsächlich bei seinem Job als Bierverkäufer auf den Straßen, der war ja in der Stadt unterwegs, gemerkt, dass er ein Händchen hat dafür mit Menschen zu sprechen und Menschen zu fesseln in seiner Art der Rede. Und Menschen sind auf ihn aufmerksam geworden, auch dadurch. Und er hat dann diese beiden Dinge miteinander verwoben. Das politische Interesse, dass er sich über die Jahre selbst beigebracht hat und diese Gabe auf Menschen zu wirken. Und hat ein politisches Interesse entwickelt an der Unabhängigkeit der Staaten Afrikas und ist in der Zeit vor der Unabhängigkeit, also wir sprechen vom Jahr 1959 hauptsächlich und dann Anfang 1960, zu so einer Art afrikanischem Star geworden. Und afrikanisch kann man glaube ich in diesem Fall wirklich sagen, weil er auf dieser Welle des Panafrikanismus ritt. Also er reiste zum Beispiel nach Ghana. Ghana war ja mittlerweile schon unabhängig geworden, wo eine große Konferenz stattfand, organisiert vom dortigen Präsidenten. Und da wurden eben ganz viele afrikanische Freiheitskämpfe eingeladen aus allen möglichen Ländern, unter anderem Lumumba. Und er kam da an als eigentlich unbekannter, noch relativ unbekannter junger Mann und ist nach ein paar Tagen abgereist als Star. Er hat eine der meistgefeierten Reden gehalten, hat in dem ghanaischen Präsidenten eine Art Mentor und Freund gefunden. Kwamen Krumah. Exakt. Hieß der. Die beiden waren daraufhin sehr eng und haben sich eng miteinander abgestimmt. Lumumba ist dann auch nach Kairo gereist, gleich zweimal, wo es einen ganz faszinierenden Ort gab, von dem ich vor dieser Recherche nicht wusste, dass es ihn überhaupt je gegeben hat. Da hat ein ägyptischer Diplomat auf Anraten von Gamal Abdel Nasser, dem damaligen ägyptischen Präsidenten, eine Art Botschaft eingerichtet. Das war eine Villa am Nil und dorthin konnten Freiheitskämpfer vom ganzen Kontinent kommen und ein Büro beziehen und miteinander diskutieren, wie man das jetzt macht. Freiheit erlangen von europäischen Kolonialmächten. Also es war ein Ort der Vernetzung, das Networking würde man heute sagen. Und Lumumba war gleich zweimal da und hat dieses Spiel des Vernetzens extrem gut gespielt und hat sich angefreundet mit vielen Menschen, die auf dem ganzen Kontinent für Freiheit von der Kolonialherrschaft kämpften. Ist auch interessant, nicht, dass man die Befreiung von europäischen, das waren ja alles europäische Mächte, als Gemeinschaftswerk begriffen hat. Da hat niemand für sich alleine, wir machen das jetzt mal hier im Alleingang, sondern der ganze Kontinent ist aufgestanden. Also ja, man hat es zumindest versucht und es gab diese Vernetzungsbemühungen. Am Ende, glaube ich, wenn man in die Geschichte der einzelnen Länder hineinschaut, war es dann doch vielleicht häufiger so, dass da quasi jedes Volk und jede Gesellschaft für sich selbst kämpfte. Teilweise jeder Stamm für sich selbst kämpfte. Wir müssen uns ja dieses Afrika vorstellen als ein künstliches Konstrukt mit künstlich gezogenen Grenzen, die die Kolonialmächte unter sich ausgehandelt haben. Und die teilweise mit alten Sprachen, Traditionen, Stämmen, Regionen gar nichts zu tun hatte. Da wurde einfach, der Landvermesser zog dann eine Linie durch und da war dann Ende. Ja, das sieht man auch, wenn man auf die Landkarte schaut. Das sind ja kerzengerade Grenzen. Ich finde es interessant, diesen Rückblick in diesem Moment, wo diese Bewegung tatsächlich eine panafrikanische ist. Ich bin da immer sehr sensibel, was dieses Thema angeht. Nachdem ich ein langes Gespräch mit Auma Obama hatte, der Schwester von Barack, die mir wirklich ins Gewissen geredet hat. Immer wenn ich Afrika gesagt habe, hat sie gesagt, Afrika, Afrika, das ist keine Einheit. Ihr redet über Afrika, als sei das ein Ganzes. Das sind viele sehr, sehr unterschiedliche Staaten und ihr müsst lernen, genauer hinzugucken. Und das ist mir wirklich so tief eingepflanzt, dass ich so immer ein bisschen zurückzucke. Aber jetzt in diesem Moment, 1960, wo gleich 17 Staaten um ihre Unabhängigkeit kämpfen und auch davor stehen sie zu bekommen, das ist schon ein ganz entscheidender Moment. Und hier reden ganz viele dieser hoffnungsvollen jungen Männer miteinander. Oft sind es Männer in diesem Moment. Und man muss noch eines klar machen. Es gab im Kongo eine Diskussion, wie schnell kann denn diese Unabhängigkeit stattfinden. Denn in den Führungspositionen überall saßen natürlich weiße Belgier. Und es gibt eine interessante Zahl bei dir, die ich nicht mehr ganz genau im Kopf habe. Aber ich glaube, die Zahl der akademisch ausgebildeten Afrikanerinnen und Afrikaner war zweistellig, oder? 17. Ebenfalls 17. Ja, 17 im ganzen Land. Sodass man sich schon die Frage gestellt hat, können wir diesen ganzen Beamtenapparat und all das, was es braucht, die Gerichte, die medizinische Versorgung und so, können wir das alles selber wuppen? Die Frage stellt sich da schon. Und die Antwort war sehr klar. Auch Lumumba hat die akzeptiert. Die lautete, nein können wir nicht. Wir brauchen zum Teil belgische Ärzte, belgische Unternehmer, belgische Offiziere, die ein gewisses Maß an Kontinuität, ja, gewährleisten. Das hat dann nach der Unabhängigkeit zu großen, großen Problemen geführt. Sehr, sehr schnell. Aber im Wahlkampf vor diesen Wahlen im Mai 1960, den ersten, die stattgefunden haben im Kongo, galt das eigentlich für nahezu alle Parteien. Dass sie gesagt haben, naja, ein bisschen werden wir die Belgier schon noch brauchen. Wie hieß denn die Partei von Lumumba? Das war das Mouvement National Congolais, also quasi die nationale Bewegung des Kongo, MNC. Die hat er gegründet und die hat in den wenigen Monaten vor der Wahl einen wirklich raketenhaften Aufstieg genommen. Also ich habe ja vorhin erzählt, wie er quasi beim Bierverkaufen seine Gabe für die Rede entdeckt hat und so weiter und dann auch nach Ghana eingeladen wurde und nach Kairo. Und man merkt, wenn man sich das anschaut bei den historischen Rekonstruktionen, die es aus der Zeit gibt, jedes Mal, wenn er zurückkam von einem dieser Reisen, ist der Zuspruch gewachsen. Er kam dann zurück in die Cité, also in den Teil Leopold Wills, der ausschließlich von Kongolesen bewohnt wurde und eben nicht von weißen Belgien. Und wenn er dann da eine Rede hielt, kamen am Anfang ein paar Hundert und schnell waren es Tausende und irgendwann waren es Zehntausende Menschen, die ihm zugehört haben. Das hat ihm nicht nur Freunde verschafft, es ist auch eine ganze Menge an Argwohnen gewachsen. Plötzlich wird ein Mann sehr mächtig und es gibt Menschen, denen das nicht gefällt. Ich glaube, jetzt haben wir den 30. Juni 1960 ziemlich gut eingekreist und du hast einen wunderbaren Zeugen für diesen Tag gefunden. Du hast mit dem Sohn von Lumumba gesprochen über diesen Tag. Ja, François Lumumba, auch mit seiner Tochter Juliana. François war acht an dem Tag und Juliana war fünf. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, sie war zu klein, aber François kann sich durchaus erinnern. Es war ein bisschen schwierig, er ist heute 71 Jahre alt und sein Gedächtnis war nicht das allerbeste, aber er sagte an diesem Tag, den 30. Juni 1960, da kann er sich ziemlich genau daran erinnern. Und zwar erinnerte er sich konkret an die Situation, dass er oben im ersten Stock des Elternhauses, in dem ich jetzt auch war während der Recherche, auf dem Boden saß. Und so, das gibt es noch, das Elternhaus. Lumumba's Tochter, François' Schwester Juliana, wohnt heute noch in diesem Haus. Das ist total faszinierend, weil man, also ich habe sie interviewt in diesem Haus, in dem Lumumba damals seine Pressekonferenzen abhielt und ja, Premierminister wurde. Und François erinnert sich eben daran, dass er an jedem 30. Juni oben im ersten Stock am Radio saß und die Radioübertragung hörte aus dem Palast der Nationen. Ungefähr so, das werden wahrscheinlich so zwei bis drei Kilometer sein, schätze ich mal, die der Palast der Nationen entfernt ist. Und dorthin war sein Vater, Patrice Lumumba, an diesem Morgen aufgebrochen. Und das war der Ort und der Moment, an dem diese berühmte Rede gehalten wurde. Man muss sich die Situation so vorstellen, es ist der feierliche Akt, in dem die Nation Kongo ihre Unabhängigkeit bekommt. Der belgische König ist angereist aus Brüssel am Vortag. Das ist aber nicht der Leopold, der die Kolonie ausgesaugt hat, sondern dessen Neffe, oder? War das nicht der Neffe? Genau, König Baudoin. Der war ganz jung noch, Ende 20 und ist da angereist in seiner weißen Paradeuniform. Es war nicht das erste Mal, dass er im Kongo war, aber man kann sich die Aufnahmen heute noch anschauen. Es gibt zum Glück Filmaufnahmen von diesen Tagen in Leopoldville und auch von diesem Festakt im Palast der Nationen. Und man sieht diesen jungen Mann in dieser Uniform in diesem Saal stehen. Und ja, das ist einfach so ein Moment, man sieht sich das an und versteht sofort, was da passiert. Der König vorne am Mikrofon liest von einem Zettel ab eine vorgeschriebene Rede, sehr stellt sich in altem, geschliffenem Französisch, so royales Französisch. Und im Saal sitzen und stehen hunderte Menschen, viele Belgier, Kolonialbeamte, aber eben auch viele Angehörige der neuen kongolesischen Elite. Viele junge Menschen natürlich und Patrice Lumumba sitzt zu seiner Rechten auf einem Stuhl und kritzelt ganz eilig auf seinem Schoß herum, auf so einem Blatt Papier, das er auf dem Schoß liegen hat. Und das liegt daran, dass er an diesem Tag eigentlich gar nicht als Redner auf der Liste vorgesehen war. Die Rede von kongolesischer Seite sollte eigentlich ein Mann namens Kasavubu halten. Der war nämlich vorgesehen als der neue Staatspräsident, ein eher repräsentatives Amt, also Lumumba. Ungefähr wie bei uns, oder? Genau, genau. Also Lumumba wäre sozusagen der Kanzler und Kasavubu der Bundespräsident. Ja und Lumumba hatte die Wahl gewonnen, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Genau, auch gegen Kasavubu. An diesem Tag sollte er zum Premierminister werden, wird er auch und er bricht mit dem Protokoll sozusagen. Aber interessant finde ich diesen Ausgangspunkt, nämlich den ersten Satz des belgischen Königs, der ist an Zynismus nicht zu übernehmen. Ja, der ist unglaublich. Es ist unglaublich. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Die Unabhängigkeit des Kongo stellt den Höhepunkt des Werkes dar, das durch das Genie von König Leopold II. begonnen, von ihm mit zähem Mut unternommen und von Belgien mit Ausdauer weiterverfolgt wurde. Die Tatsachen auf den Kopf gestellt. Und da sagen wir, Fake News ist eine moderne Erscheinung. Ich habe mich gefragt, wie das, man muss sich vorstellen, in diesem Moment, als dieser Satz ausgesprochen wird, sitzen in diesem riesigen Land, das so groß ist wie Westeuropa, überall Hunderttausende, vielleicht Millionen, niemand weiß das genau, Menschen vor Transistorradios und hören diesen Satz. Wie muss das in deren Ohren geklungen haben, das Wort Genie Leopold II. dann zu hören? Nach dem, was wir eingangs schon besprochen haben, nach den vielen Millionen Toten und der Ausbeutung. Das ist schon ein Wahnsinn. Ja, es wird aber heute ja auch, also ich meine, im Kreml wird nicht viel anders geredet und in Peking auch nicht. Da wird auch vom Genie der Diktatoren geschwafelt. Aber das Interessante daran ist ja, uns erscheint das jetzt sonnenklar. Damals war das wahrscheinlich für die meisten Menschen auch so. Man erwartete eine kongolesische Antwort auf diesen Satz. Und Kasavubu, der designierte Sprecher an diesem Tag, der zum Präsidenten gewählt werden soll gleich, der sollte diese Antwort liefern. Und Lumumba hatte am Abend vorher das Redemanuskript gelesen, das Kasavubu vorbereitet hatte. Und darin erwähnte er eben die Gräueltaten des Kolonialismus mit keinem einzigen Wort. Ja, die Rede ist sogar mit Belgien abgestimmt. Absolut. Also Baudon weiß genau, was da kommt und kontrolliert sozusagen die Antwort auf seine Rede auch noch. Und dann sieht man diesen kritzelnden Lumumba. Diese Videoaufnahmen sind ein wunderbares Zeugnis dieses Moments. Darum kannst du den auch so genau nacherzählen. Und diese Atmosphäre wird aber auch in deinem Text sehr spürbar. Du hast zwei Ausschnitte aus Lumumumas Antwort zitiert. Den ersten lese ich hier mal vor. Und das schließt genau an das an, was wir gerade gesagt haben. Diese zynische Darstellung, dass diese Gewaltherrschaft sozusagen ein genialer Streich war, der am Ende in die Unabhängigkeit mündet. Und diese Geschichtsklitterung, diese blutige Geschichtsklitterung, die beantwortet er jetzt. Die Kameras sind auf ihn gerichtet. Was soll er tun? Das ist dann ein hochoffizieller Akt und Lumumba steht vorne am Rednerpult und redet. Er muss zuhören. Wahrscheinlich hat er sich erkundigt bei seinen Sitznachbarn. Wahrscheinlich wurde er unruhig und rutschte auf seinem Stuhl rum und fragte, wie kann das sein? Diese Rede habe ich doch gar nicht abgezeichnet. Diese Rede war von Anfang an ein Affront. So muss er sie empfunden haben. Es geht schon los mit, die ersten Worte, die Lumumba überhaupt ausspricht, sind Kongolais et Kongolais. Also er spricht seine Landsleute an. Er sagt Kongolesen und Kongolesinnen. Das scheint es normal zu sein vielleicht für uns aus heutiger Perspektive. Damals ein Politikum sondergleichen. Er spricht über den König hinweg. Er spricht über alle belgischen Würdenträger im Saal hinweg. Er spricht direkt seine Landsleute an. Damit geht es schon los. Und er widerspricht, ja. Er widerspricht so deutlich. Dann kommt nämlich der Satz, kein Kongolese, der diesen Namen verdient, wird je vergessen, dass wir die Unabhängigkeit im Kampf gewannen. Es sind nicht die Belgier, die uns... Genau, wir kriegen sie nicht geschenkt. Genau, wir kriegen sie nicht geschenkt. Wir haben sie erkämpft. Ja. Und deswegen, klar, wenn man dann auf diesen wenigen Ausschnitten, die man dann hat, quasi vom Gesicht des Königs während dieser Rede, sieht man natürlich Entsetzen. Man sieht Fragezeichen. Einmal wendet er sich nach links zu Casabubu, der neben ihm sitzt und er fragt ihn offenbar, was ist denn hier los? Weißt du was davon? Und später wurde dann klar, auch Casabubu wusste nichts davon. Lumumba hat ihm nichts gesagt, dass er vorhatte zu reden. Also deswegen Baudouin ist jetzt wirklich in einer Position, um die man ihn nicht beneiden kann. Und das Publikum tobt. Er muss ja ununterbrochen unterbrechen, weil die Leute erstmal ihre Begeisterung loswerden müssen. Achtmal brandet spontaner Applaus auf, Jubelrufe, Standing Ovations für Lumumba. Ich habe ja Rhetorik studiert und ich habe einige dieser historischen Reden analysieren dürfen, müssen, die Hintergründe erzählen können. Auch die Lumumba-Rede? Die Lumumba-Rede nicht, der bin ich jetzt zum ersten Mal so begegnet. Es gibt ja viele Reden, die wir für sehr, sehr historisch und genial halten, die quasi spontan entstanden sind oder spontan in Reaktion auf eine Situation geändert wurden. Also, I have a dream zum Beispiel. Ja. Das ist auch so eine Rede. Das ist auch so eine Rede. Ja, von Martin Luther King. Sag bloß nicht, I have a dream. Das hast du so oft erzählt. Und dieser Predigton, den du immer hast, wurde ihm gesagt. Und dann hat er angefangen, eine Rede zu halten, die nicht funktioniert hat. Und Mahalia Jackson, die da in der ersten Reihe sitzt und ihm zuruft, tell him about the dream. Und dann dreht er diese Rede um. Und Lumumba schreibt auf seinen Knien gekritzelt eine Rede voller Bildkraft, Sprachkraft und Eleganz. Ein Ausschnitt noch. Wir haben Spott, Beschimpfungen und Schläge erduldet. Morgens, mittags und abends. Einfach, weil wir Schwarze sind. Wir sahen, dass es in den Städten herrliche Häuser für die Weißen gab und baufällige Hütten für die Schwarzen. Dass Schwarze weder in Kinos gelassen wurden, noch in Restaurants oder in die Geschäfte der Europäerinnen und Europäer. Dass Schwarze im Rumpf der Schiffe reisten, zu Füßen der Weißen in ihren Luxuskabinen. Mir wird je die Masseker vergessen, in denen so viele unserer Geschwister umgekommen sind. Die Zellen, in die jene geworfen wurden, die sich weigerten, sich einem Regime des Unrechts, der Unterdrückung und Ausbeutung zu unterwerfen. Das sind echt starke Worte. Regime des Unrechts versus das Genie Leopolds II. Genau. Zwölf Minuten. Er ist nicht lang. Zwölf Minuten und am Ende ruft er in den Saal, vive le Congo, also es lebe der Congo, es lebe der freie, souveräne Congo. Und die Rede ist vorbei und der König will abreisen. Das haben ja mehrere Mitarbeiter tatsächlich von ihm, die dabei waren an dem Tag berichtet. Der König wollte sofort abreisen. Und es gab dann, das steht gar nicht im Text, es gab dann ein Mittagessen an diesem Tag, an dem er umgestimmt wurde. Und Lumumba hat tatsächlich so eine Art Pseudo-Entschuldigung ausgesprochen ihm gegenüber, was sozusagen für die Geschichtsbücher nicht groß wichtig war. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass Baudoin noch einen Tag blieb, bevor er dann regulär abreiste, wie das auch geplant war. Ja, aber dieser Moment ist deswegen so interessant, weil er einerseits das Gefühl nicht nur im Kongo, sondern in vielen Teilen Afrikas auf den Punkt brachte, gegenüber den Kolonialmächten. Und andererseits war es natürlich auch ein Omen für das, was kam. Weil das war jetzt der maximale Affront. Belgien wurde wirklich brüskiert. Der König wurde brüskiert. Und gleichzeitig war ja Belgien weiterhin anwesend im Kongo. Wir haben schon darüber gesprochen. Also ganz, ganz tausende Belgier waren dort und mussten in irgendeiner Form dieses Land in die Unabhängigkeit begleiten. Und dafür war natürlich jetzt keine besonders gute Voraussetzung geschaffen. Deswegen frage ich mich, und das habe ich mich auch jetzt, als ich deinen Text nochmal gelesen habe, an mehreren Stellen gefragt. War es wirklich klug? Es war ein großer Moment, aber für diesen großen Moment hat er letztlich alles geopfert. Denn er hat einen unauffälligen, stillen, schlauen und vielleicht auch türkischen Übergang der kongolesischen Gesellschaft in die moderne Zeit und in die Freiheit, hat er zugunsten des großen Aufschlags vertan und hat damit jetzt auch, er ist ja nicht lange an der Macht geblieben. Und das sind ja alles, was jetzt passiert, passiert ja in Tagen und Wochen. Also seine große Zeit läuft ja ab schneller als eine Sanduhr. Aber er ist ja auch nur berühmt wegen dieser Rede. Er ist ja nicht dafür berühmt, dass er den Kongo in einer sozialverträglichen Weise freigemacht hätte. Deswegen frage ich dich, ist es wirklich schlau gewesen? Man würde ihn das gerne selber mal fragen oder man hätte es ihn gerne selber gefragt. Aber wie du gerade sagst, zehn Wochen später war er schon nicht mehr im Amt und sieben Monate später war er tot. Es gibt aber noch eine Vorgeschichte, auf die wir nochmal einmal hinweisen müssen. Denn diese Unabhängigkeit entsteht ja nicht irgendwie so aus der Luft, sondern darüber wird ja verhandelt. Die Belgier verhandeln in Leopoldsville, die Kongolesen fahren mit einer Abordnung nach Belgien, nach Brüssel, da wird verhandelt. Und interessant ist, dass die Kolonialmacht Lumumba vor der Reise einer kongolesischen Delegation nach Brüssel verhaften lässt, ins Gefängnis steckt, damit er nicht mitverhandeln kann. Und erst auf Proteste, glaube ich, kommt er raus und wird dann hinterher geflogen. Ja, das war im Januar 1960, als die entscheidende Verhandlungsrunde in Brüssel stattfand. Da sollte auch der Termin gefunden werden, wann überhaupt die Unabhängigkeit dann stattfinden sollte. Das wurde dann auch dann quasi dort der 30. Juni terminiert. Und da war es tatsächlich so, dass man, wie viele Historiker sagen, unter fadenscheinigen Gründen Lumumba vorher festnehmen hat lassen, weil man Angst hatte, dass er politisch zu sehr auftrumpft dort. Und dann gab es einen sehr seltenen Moment der Einigkeit zwischen allen anderen kongolesischen Delegierten in Brüssel. Die haben gesagt, wir verhandeln nicht, wenn Lumumba nicht hier ist. Und dann hat man den tatsächlich in Stanleyville, also das heutige Kisangani, wo er inhaftiert war, hat man ihn aus der Zelle geholt, hat ihm die Handschellen abgenommen, die sich in seine Handgelenke geschnitten hatten. Und hat ihn verbunden notdürftig und hat ihn nach Brüssel geflogen, wo er dann ankam und begeistert empfangen wurde. Und im Prinzip den Belgiern innerhalb von anderthalb Tagen ein Datum abgetrotzt hat der Unabhängigkeit. Auch ein sehr, sehr schnelles Datum. Das ist ja schon fünf Monate später. Fünf Monate später. Unglaublich schnell. In der Sturzgeburt. In der Sturzgeburt. Aber ist das klug? Es ist großartig und es ist ein großer Wurf und es ist ein großer Auftritt. Aber ist es wirklich klug? Das ist im Nachhinein, würde ich sagen, wahnsinnig schwer zu beurteilen. Denn was jetzt im Anschluss passiert, dazu kommen wir gleich, hat auch eine ganze Menge von Faktoren, die mit Lumumba selber eigentlich gar nichts zu tun haben. Sondern einfach damit, dass jetzt plötzlich eine junge afrikanische Elite, eine junge kongolesische Elite sich Limousinen anschafft und ein prestigereiches Leben führt. Und plötzlich wird so eine Spaltung erkennbar, die nicht mehr zwischen weiß und schwarz ist, sondern zwischen schwarz und schwarz. Und zwischen reich und arm. Und zwischen reich und arm, ja. Zu neuen Konflikten führt. Und auch zwischen reich und reich, muss man sagen. Und auch das, genau. Aber einmal noch zurück nach Brüssel. Denn es gibt, Lumumba steigt aus dem Flieger, eine entscheidende Begegnung. Es gibt einen jungen Kongolesen, der ruft oben von der Balustrade am Flughafen, es lebe das MNC, es lebe also Lumumbas Partei. Und dieser Mann wird eine entscheidende Rolle spielen. Wer ist der Mann? Das ist ein junger Mann, Ende 20, aus dem Kongo, der aber in Brüssel zu dieser Zeit als Journalist arbeitet und den Lumumba kennt aus Leopoldville. Die beiden haben dort schon viele Nächte miteinander Bier getrunken und über Politik geredet. Die haben sozusagen eine ähnliche Biografie. Beide waren auf Missionarschulen, beide sind Autodidakten, beide sind aus dem Nichts quasi zu intellektuellen Figuren in diesem aufstrebenden, nach Unabhängigkeit strebenden Land geworden. Und waren so, ja, ich glaube, man kann am Anfang für diese Anfangszeit sagen, so Brüder im Geiste. Die sind da auf ihrem Roller zusammen rumgefahren, von Kundgebung zu Kundgebung, der eine vorne, der andere hinten und haben Politik gemacht. Und jetzt treffen sie sich wieder. Und der Name dieses jungen Mannes da auf der Besucherterrasse des Flughafens ist Joseph-Desirée Mobutu. Der dann ja eine sehr illustre Rolle spielen wird. Ja, und der auch Gegenstand des zweiten Teils dieser großen Geschichte sein wird. Wir haben ja zwei Podcast-Teile, die dieses Thema ausleuchten werden und er wird die zweite Podcast-Folge zu diesem Thema beherrschen. Ich meine, das ist ja wirklich eine Shakespeare-hafte Geschichte, die sich dann zwischen diesen beiden Männern entspinnt. Also man muss sich vorstellen, sie sind gute Freunde. Jetzt begrüßt Mobutu den ankommenden Lumumba am Flughafen, fährt ihn ins Hotel, wird in diesen zwei, drei Tagen der intensiven Verhandlungen mit den Belgiern, die super wichtig sind, sein engster Verbündeter und Mitarbeiter. Und Staatssekretär, ne? Ja, also Lumumba fährt dann später zurück nach Leopoldville, um die Wahlen vorzubereiten. Er lässt Mobutu zurück, quasi seinen Stadthalter sozusagen in Brüssel, um weiter zu verhandeln. Später kommt Mobutu dann auch nach Leopoldville und wird einer der engsten Mitarbeiter Lumumbas. Am Tag der Unabhängigkeit, während dieser Rede, über die wir gerade gesprochen haben, sitzt Mobutu in der ersten Reihe, in einem weißen Anzug und hört zu, wie sein Freund Lumumba diese Rede hält. Und letztlich ganz Afrika, die ganze Welt in seinen Bann zieht, in diesem schicksalshaften Moment. Und Mobutu war in dieser Zeit einer von ganz wenigen Menschen, denen Lumumba vertraut hat. Und in diesen Tagen nach der Unabhängigkeit, in denen ganz schnell das Chaos ausbricht im Kongo, also ich versuche das jetzt mal irgendwie relativ schnell zu erzählen, aber im Prinzip wenige Tage nach der Unabhängigkeit bricht eine Meuterei los in den Kasernen im ganzen Land, meutern die Soldaten, weil sie merken, naja, jetzt sind wir unabhängig, aber für uns ändert sich ja gar nichts. Also die schwarzen Soldaten? Ja, die schwarzen Soldaten meutern gegen ihre weißen belgischen Offiziere und Generäle. Warum? Weil sie merken, wir kriegen das gleiche Gehalt, wir kriegen das gleiche schlechte Essen, wir sind jetzt nominell unabhängig, aber was haben wir denn davon? Wir sehen, wie die neu gewählten kongolesischen Abgeordneten im Parlament plötzlich mit ihren Luxuskarossen, die sie an diesem Wochenende gekauft haben von ihrem ersten Gehalt, durch die Straßen fahren und wir, was ist mit uns? Wir müssen sie eskortieren, damit ihnen nichts passiert. Genau, das noch dazu, also kommt es zu dieser Meuterei und Lumumba muss irgendwie diese Situation in den Griff kriegen, also es kommt zu Plünderungen, Häuser werden besetzt von belgischen Offizieren, Frauen werden vergewaltigt, 6000 Belgier fliehen quasi über Nacht über den Fluss in den französischen Teil des Kongos, der auch später im Jahr unabhängig werden wird, aber noch herrschen dort die Franzosen, also es herrscht Chaos im Land und Lumumba muss irgendetwas tun, um dieses Chaos zu beenden. Und was er macht ist, er setzt die belgischen Generäle ab und befördert alle Soldaten um einen Rang, womit auch mehr Gesold sozusagen einhergeht und er braucht jetzt irgendwer, der zuständig ist für die Armee. Und da braucht er jemanden, dem er vertrauen kann. Also setzt er seinen Freund Mobutu, der gerade unser Journalist war und jetzt für einige Wochen seinen Sekretär sozusagen, seinen Staatssekretär, den macht er plötzlich zum Generalstabsschiff. Aber da siehst du, was da für eine Naivität dahinter ist. Ein 29-jähriger Journalist wird jetzt Chef der kongolesischen Armee. Es gibt keine Straßen, bis heute ist es ja ein Problem mit den Straßen und überhaupt der Infrastruktur im Kongo. Also es gibt keine Straßen, da wird er ja später selber auch drüber stolpern, der Lumumba. Es gibt keine Verwaltung, es gibt keine Medizin, es gibt gar nichts und es gibt 17 Universitätsabsolventen, es gibt keine Beamten, es gibt keine Manager. Also was hat er sich vorgestellt unter einem befreiten Kongo? Der befreite Kongo ist ein Hexenkessel. Und wo jeder jetzt denkt, jetzt wird alles anders und dann wird eben erstmal nichts anders und dann überhaupt nichts, es wird alles schlimmer. Von seinem ersten Tag im Amt an ist er nur am reagieren. Er ist nur dabei, das Chaos irgendwie zu verwalten und in den Griff zu kriegen. Und diese Situation, dass er Mobutu zum General macht, ist sozusagen der erste Schritt. Aber es wird von da an nicht besser. Also die reichste Provinz im Süden des Kongo gelegen, Katanga, sagt sich am nächsten Tag los, macht sich quasi unabhängig. Ja, du hast ja von diesen vielen Bodenschätzen erzählt. Und viele, viele, viele davon liegen in Katanga. Das ist die Cash Cow sozusagen des Kongo. Und da tritt jetzt ein Mann vor die Fresse. Das Bayern des Kongo. Also wenn man jetzt vom Länderfinanzausgleich her denkt, wäre Katanga das Bayern des Kongo. Katanga hat damals mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen beigesteuert zum kongolesischen Budget. Also mehr als das. Das ist sozusagen Bayern hoch fünf. Und jetzt tritt dort der Gouverneur vor die Presse, ein Mann namens Chombe und verkündet, seine Provinz ist einfach nicht mehr länger Teil des neuen Kongo. Das ist die neue Freiheitsbewegung. Im befreiten Land befreien sich jetzt Unterländer. Und jetzt geht es natürlich drunter und drüber. Wobei sie sich in Wahrheit gar nicht befreien, sondern wenn man genau hinschaut, was Chombe da macht in Katanga und auch welches Kalkül er verfolgt hat an diesem Tag, war letztlich blieb Katanga eine Art Protektorat der Belgier. Also Chombe war eine Marionette Belgiens, um es mal überspitzt zu sagen. Der ließ sich von belgischen Politikern beraten, er ließ sich von belgischen Soldaten bewachen. Also er war der Ministerpräsident sozusagen dieser Provinz und er war weiterhin in der Hand des Unterdrückers. Der wichtigste politische Player in Katanga war der belgische Bergbaukonzern, Union Minière. Also die Belgier, die dort die Bodenschätze gehoben haben. Und das merkt man auch. Also Katanga sagt sich los vom Kongo. Lumumbas Regierung fehlt dazu alles Geld, was es eigentlich bräuchte, um dieses Land zu verwalten und aufzubauen. Und wenige Tage später gibt es eine riesige Überweisung von diesem belgischen Bergbaukonzern an die katangesische Regierung, an die Sezessionsregierung von Chombe. Es ist völlig klar, was hier politisch passiert. Belgien, die Kolonialmacht übt Druck aus auf Lumumba. Lumumba sucht internationale Hilfe, er kann ja gar nicht mehr anders. Und zuerst wendet er sich an die USA und erfährt was. Die sagen, wir können dir nicht helfen, wende dich bitte an die Vereinten Nationen. Warum eigentlich? Ist es denen wurscht? Sagen die, naja, das sind so Verrückte da in Afrika, was geht uns das an? Oder was ist los? Warum greifen die nicht ein? Oder ist das für die Amerikaner auch so unübersichtlich, dass sie da keine Leute hinschicken wollen? Es gibt einen überlieferten Satz von Khrushchev quasi in der Sowjetunion, der später gesagt haben soll, sind die Amerikaner wirklich so blöd, dass sie nicht sehen, wie wichtig der Kongo ist. Ja, sie waren so blöd. Es kommen ja noch viel blödere Sachen, wie wir gleich hören werden. Genau, sie haben abgesagt und die Vereinten Nationen, an die sich Lumumba dann gewandt hat, er ist auch nach New York gereist und hat dort persönlich vorgesprochen, sagen zwar Hilfe zu, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie er sie gebraucht hätte. Also er war in einer Situation, er brauchte auch Soldaten. Er musste kämpfen. Es war Krieg ausgebrochen auf den Straßen zwischen Milizen und zwischen Armeen. Und seine eigene Armee, die er gerade alle hochgestuft hatte um eine Besoldungsstufe, was ist ihm sehr gewesen? Ja, also das war sozusagen gegen die militärische Kraft Belgiens, die sozusagen hinter Katanga stand, da konnte man wenig ausrichten. Es gab auch, wie du vorhin schon gesagt hast, es gab ja keine Infrastruktur. Die hatten nicht mal Flugzeuge, um sozusagen Soldaten irgendwo hinzufliegen. Das war schwierig. Und keine Straßen. Und keine Straßen. Und jetzt macht Lumumba einen ganz entscheidenden Fehler. Vielleicht der größte seines Lebens. Ich glaube ja. Denn jetzt dreht er sich einmal um, die eigene Achse. Also die große Macht im Westen, die USA haben abgesagt, also dreht er sich einmal um und dort ist die Sowjetunion. Jetzt bittet er dort um Hilfe. Ja, mit dem Rücken zur Wand. Er weiß sich nicht anders zu helfen. Er bittet die Sowjetunion um militärischen Beistand. Und Khrushchev sagt ihm den zu. Liefert ihn später nicht. Wenn ein paar Flugzeuge fliegen dann nach Leopold will und bringen Hilfsgüter und die CIA beobachtet, das wissen wir aus amerikanischen Regierungsunterlagen, dass da einige Kisten ausgeladen werden und so weiter. Aber das ist kein Beistand in dem Sinne, dass er wirklich signifikant was geändert hätte auf dem Boden dort. Aber dann verstehe ich nicht, warum Khrushchev dann später sagt, sind die Amerikaner so blöd. Die Russen sind offenbar selber so blöd. Ja, aber der größte Effekt dieser Situation ist, dass sich Lumumba, und deswegen kann man glaube ich wirklich von einem riesigen Fehler sprechen, dass sich Lumumba jetzt die USA zum Feind gemacht hat. Die USA waren, wie man auf Englisch sagt, on the fence. Also sie waren noch unentschieden, wie sie mit Lumumba wirklich umgehen sollen bis dato. Vielleicht mit einer Tendenzrichtung eher skeptisch, aber noch nicht entschieden. Und nach diesem Turn hin zur Sowjetunion entscheiden sich die Amerikaner, okay, Lumumba ist eine echte Gefahr für uns. Und der amerikanische Botschafter in Belgien schreibt nach Washington, unser oberstes Ziel muss es sein, die Lumumba-Regierung, wie sie jetzt existiert, zu zerstören. Gleichzeitig müssen wir ein anderes Pferd finden oder schaffen, auf das wir setzen können. Die Amerikaner haben keine Hilfe geschickt, aber jetzt schicken sie jemanden. Jetzt werden sie munter. Ja, sie schicken einen Mann namens Larry Devlin, der war Mitarbeiter des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA und jetzt leitete er die CIA-Station in Leopoldville. Und der wurde quasi damit beauftragt, das neue Pferd zu finden. Also neben vielen anderen Dingen, die er gemacht hat. Also er hat Anti-Lumumba-Flugblätter verteilt in den Straßen, er hat dafür gesorgt, dass Zeitungsartikel, die Lumumba-kritisch in den Zeitungen erschienen und so weiter und so weiter. Also heute würde er Shitstorms organisieren. Von interessierter Seite Shitstorms. Trolle. Trolle in den Marsch setzen. Das kennen wir ja auch. Man sieht daran, auch der Propagandakrieg ist kein Neuer. Aber das vielleicht Folgenreichste, was er gemacht hat, war, dass er mehrfach im Sommer 1960 einen jungen Mann bei sich im Büro sitzen hatte, der ihm gesagt hat, er braucht Unterstützung dabei, seine Soldaten zu organisieren und zu bezahlen. Nämlich Joseph-Desiree Mobutu. Der gute Freund. Der gute Freund, oder ich weiß nicht, ob man das immer noch so nennen kann, aber der einstige gute Freund von Lumumba. Und Devlin gibt ihm Geld und fängt an, Mobutu zu bezahlen, zu unterstützen und aufzubauen als politischen Faktor im Kongo. Und das führt dann dazu, dass wenig später Mobutu auf Anraten der Amerikaner hin, auch der Belgier, wie wir mittlerweile wissen, als Armeechef die Regierung Lumumba absetzt. Also Putsch. Er putscht. Schon nach drei Wochen, oder was? Ja, gegen seinen einstigen Freund. Und er sagt, es sei jetzt sein Ziel, für Ordnung zu sorgen und die Politiker, die bisher das Sagen hatten, zu neutralisieren. Aber du siehst an dieser Geschichte auch, dass die großen Denker und Redner und die großen Visionäre, wenn sie dann an der Macht sind und wenn sie dann was… Ich möchte nicht wissen, wie Indien ausgesehen hätte, wenn Gandhi Präsident gewesen wäre. Oder wie Israel ausgesehen hätte, wenn Jesus auf einmal hier der Gouverneur gewesen wäre. Also das sind alles so Figuren, die die Welt braucht, ja, die unglaubliche Ideen haben und über alles hinweg denken und die Leute mitreißen und überhaupt der Motor der Entwicklung sind. Aber wehe, wehe, ja, sie müssen dann eine, irgendeine Verwaltung aufbauen oder… Lumumba hatte keine Chance. Ja, er hatte keine Chance. Also man sieht in dieser Situation die kalte Macht des Geldes und des Militärs auch, der Politik. Er hatte keine Chance. Gegen das, was die amerikanische Regierung, also wir werden das ja wahrscheinlich gleich sehen, Präsident Eisenhower irgendwie spricht plötzlich mit, was da im Kongo passieren soll. Die britische Regierung spricht plötzlich mit, die Belgier sind unglaublich involviert, also bis hinauf ins Königshaus. Lumumba hatte keine Chance. Aber meine These hatte von vornherein keine. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Land in die Unabhängigkeit, keiner von uns hier im Zimmer. Aber dass man es so nicht macht, das kann man, glaube ich, erkennen. Dass man es mit einem Sturz in Farbenrausch der Freiheit, dass es damit nicht getan ist. Ja. Und schon gar nicht, wenn man so viele Gegner hat. Und es ist auch interessant, dass diese ganze große Idee von der Einigkeit, es gibt ja so viele wunderbare Entwicklungen. Man kann ja politische Entwicklungen, religiöse Entwicklungen, friedensbewegte Entwicklungen, die mit einer Figur anfangen und die dann so oft, wenn sie dann realisiert werden sollen, in die Enttäuschung münden. Ja, wir haben ja jetzt aktuell den totalen Zusammenbruch von Greta Thunberg, die jetzt vollkommen aus der Tüte ist. Und wo man auch sieht, ja, also mit großen Reden ist es nicht getan. Wenn man die Rede gesagt ist, es bleibt dann nichts mehr viel übrig. Lumumba muss nicht jetzt zurückziehen mit seiner Familie in seine Residenz quasi, die am Fluss liegt. Und zum Glück gibt es Blauhelmsoldaten, ich glaube aus Ghana, die sich schützend um ihn herumstellen. Ja, die Ghanaer halten zu ihm, bis zum Schluss. Also ein Gruma, sein Mentor und Freund, hat da natürlich mitgeredet. Also es gab den Aufruf der UNO an die Mitgliedstaaten, wir brauchen jetzt Blauhelmsoldaten für den Kongo. Und ein Gruma war derjenige, der gesagt hat, alles klar, ich schicke welche. Auch Ägypten zum Beispiel hat Soldaten geschickt, Dänemark, Schweden, auch andere Nationen. Aber die Ghanaer waren diejenigen, die auf Lumumba aufgepasst haben in dem Moment. Der Mann ist nach wie vor wahnsinnig beliebt, also in der Öffentlichkeit. Es gibt so Momente, da kann er sein Haus verlassen, dann gibt es eine spontane Versammlung, erhält eine Rede. Und alle diese Interessen um diesen Staat herum, über die wir gerade gesprochen haben, also die Belgier, die Briten, die Amerikaner, betrachten das mit großer Argwohn. Kommt dieser Mann zurück, holt er gar die Sowjetunion in den Staat hinein und der Druck wächst, der Mann muss weg. Und die Situation spitzt sich zu. Um den Schutzring, den die Blauhelme bilden, gibt es einen weiteren Ring von Soldaten. Die hat sein alter Freund geschickt, oder? Mobutu. Mobutu hat auf, ich weiß nicht, ob man sagen kann Anweisungen, aber jedenfalls auf Anraten der Amerikaner und der Belgier versucht, Lumumba festnehmen zu lassen. Und hat deswegen seine Soldaten in die Residenz geschickt und die Ghanaer haben sie nicht durchgelassen. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass... Der doppelten Belagerung. Ja, Lumumba mit seiner Familie in der Residenz, ein ghanaischer Ring, also aus Blauhelm-Soldaten drumherum und dann Mobutu-Soldaten, die da auch kampieren und warten, dass sich etwas tut. Bastian, was geschah am 26. September 1960? Ja, Andreas, wie du gerade gesagt hast, die Amerikaner, wie auch die Belgier, dachten, selbst im Hausarrest ist Lumumba eine Gefahr. Weil es kann sich schnell was ändern, dann kommt er zurück an die Macht und zack, haben wir die Sowjetunion sozusagen im reichsten Land, in Anführungszeichen, Afrikas. Und mittlerweile kennen wir Dokumente aus Washington, teilweise direkt auf Präsident Eisenhower zurückgehend, die sagen, wir müssen Lumumba töten. In Belgien übrigens genau das Gleiche. Es gibt ein Dokument im Archiv, das dort ein Historiker gefunden hat, da stehen die Worte, si possible physiquement. Also es geht um das Neutralisieren Lumumbas, si possible physiquement, also wenn möglich physisch neutralisieren. Das heißt, sowohl aus Brüssel als auch aus Washington kommt die klare politische Anweisung, irgendwie müssen wir jetzt den Lumumba töten. Lumumba soll in einen Fluss voller Krokodile fallen, soll Eisenhower gesagt haben. Und ehrlich gestanden, der Präsident der Vereinigten Staaten gibt einen Mordauftrag. Da muss ich sagen, wir sollten uns über Trump nicht beschweren. Ja, es gab schlimmere Zeiten, in denen das Weiße Haus von noch ganz anderen Leuten bevölkert war. Ob die wirklich schlimmer waren, weiß ich nicht. Nein, jedenfalls ein Mordanschlag hat Trump, soweit ich weiß, nicht den Auftrag gegeben. Jedenfalls kennen wir keinen. Jedenfalls ist uns keiner bekannt. Jetzt zum 26. September. Da trifft unser Agent Larry Devlin, du hast schon über ihn gesprochen, einen Kollegen von der CIA. Genau, weil es ja diese Mordpläne gibt, schickt die CIA aus Langley, wo sie sitzt, einen Mitarbeiter nach Leopoldville. Der trifft dort Larry Devlin im Café. Und dieser Mitarbeiter hat den Spitznamen Dr. Death. Der ist nämlich Biochemiker und ist zuständig bei der CIA unter anderem für das Entwerfen von Giften. Und ich dachte, sowas gibt es nur in Agentenfilmen. Und ich dachte, sowas gibt es nur in Russland. Dr. Death hat unter anderem versucht, Fidel Castro zu ermorden. Und zweimal, einmal mit einer vergifteten Zigarre, das hat nicht geklappt. Und einmal mit einem Taucheranzug, der von innen mit einem Pilz besprüht war. Auch das hat nicht funktioniert. Das erinnert dich an russische Unterhosen. Natürlich, natürlich. Also ich meine, was sind das für Methoden? Das sind Mördermethoden, das sind Mördergangs, die hier am Werk sind. Ja, im Auftrag des Staates. Ja. Und jetzt bringt eben dieser Dr. Death einen kleinen Koffer oder eine Tasche mit nach Leopoldville und darin mehrere Gifte. Unter anderem eins in einer Zahnpastatube versteckt. Und Larry Devlin, der Mann vor Ort, bekommt den Auftrag, irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Zahnpasta auf die Zahnbürste von Lumumba kommt. Oder irgendwie ins Essen von Lumumba. Das ist sozusagen der neue Auftrag an Larry Devlin. Was natürlich gar nicht so einfach ist, weil, wie wir gerade gehört haben, Lumumba ist unter Hausarrest. Umgeben von Blauhelmen. Genau. Jetzt nutzt er die Chance, dass die Blauhelme natürlich kommunizieren, nach außen. Das heißt, Lumumba kann sein eigenes Telefon nicht nutzen, aber er kann das Telefon der Blauhelme nutzen, um Hilfe herbeizuholen. Und er wendet sich an einen Freund, den er gewonnen hat in Ägypten. Genau. Wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass er zweimal in Kairo war, zu Gast bei einem ägyptischen Diplomaten. Und dieser Diplomat, der arbeitete mittlerweile in Leopoldville an der ägyptischen Botschaft. Abdel Asis Ishak. Ishak. Genau, genau. Das war ein enger Freund und einer der letzten Akteure vor Ort, denen Lumumba wirklich vertrauen konnte. Und das sieht man eben daran, dass er das Telefon der Blauhelme benutzt, einen der wenigen Anrufe, die er machen kann, um ihn anzurufen. Er bittet ihn zu sich. Ishak als Diplomat hat natürlich Mittel und Wege, dann da durchzukommen, durch die zwei Ringe an Soldaten. Mittel und Wege sind manchmal auch Flaschen mit Schnaps. Auch das. Er hat die Mobutu-Soldaten häufig mit Schnaps bestochen. Er war nämlich häufiger da. Einmal, als Lumumba ihm den Plan verriet, nämlich seine drei, also er hat vier Kinder, aber das Kleine war noch sehr, sehr klein. Das wollte er quasi bei der Mutter lassen. Die drei großen Kinder sollte dieser Freund Ishak in Sicherheit bringen. Lumumba ahnte, es wird jetzt eng für ihn und er wollte seine Kinder in Sicherheit bringen. Und Ishak sollte dafür sorgen, dass sie außer Landes kommen, nach Kairo. Wie hat er das gemacht? Das ist total faszinierend. Ich war ja dann später in Kairo bei Ischaks Kindern und seiner Frau, die übrigens noch lebte, die habe ich kennengelernt. Die ist über 90 und mit der konnte ich leider nicht mehr sprechen, weil sie zu alt war und das nicht mehr konnte, aber ich habe mit den Kindern gesprochen. Und das war faszinierend, weil die Tochter, mittlerweile auch 70, holte so eine Tasche raus mit den Dokumenten ihres Vaters. Und ich fing da an quasi durchzugehen und plötzlich hielt ich einen Reisepass in der Hand, einen Originalreisepass ihres Vaters. Und das ist letztlich das entscheidende Dokument gewesen, wie ich vorher schon wusste aus der Recherche. Was Ishak gemacht hat, war, er hat ein Foto gemacht, der drei Lumumba-Kinder. Wenn ihr wollt, kann ich das euch mal zeigen. Das haben wir nicht gedruckt. Das ist das Foto, was an diesem Tag entstanden ist. Aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Ja, der älteste, François, rechts, dann Patrice, der zweitälteste, links und dann Juliana, die jüngste. Im weißen Kleid. Ja. Im weißen Kleid daneben. So ein bisschen verschwommen, ich bilde mir ein, das ist wahrscheinlich irgendwie hektisch entstanden, ich weiß es nicht. Jedenfalls dieses Foto hat er dann entwickelt und hat es in der ägyptischen Botschaft, wo er gearbeitet hat, in einen neuen Diplomatenpass geklebt, den er auf sich selbst ausgestellt hat. Und er hat diese drei Lumumba-Kinder in diesem Pass zu seinen eigenen gemacht, hat ihnen quasi ägyptische Vornamen gegeben und mit diesem Pass hat er dann versucht, das war der Plan, die drei Kinder außer Landes zu bringen. Die hießen Omar, Tarek und Fatia. Aber wie hat er sie durch diese doppelte Brandung der Soldaten gebracht? Es war ja umzingelt. Ja, er ist dann mit einem UN-Fahrzeug tatsächlich, das schien eben sozusagen glaubwürdiger zu sein oder weniger Fragen. Aufzuwerfen ist er mit einem UN-Fahrzeug und einer Militärwache, die er noch mitgenommen hat, bewaffnet, dahin gefahren. Im Kofferraum hatte er jede Menge Kisten voller Whisky und Teppiche quasi gelagert. Und dann hat er auf dem Wege rein durch den ersten Ring, die Mobute-Soldaten, hat er schon sehr fleißig Whiskyflaschen verteilt. Und die Blauhelm-Soldaten waren eh kein Problem, die haben ihn durchgelassen. Und dann hat Lumumba ihm die drei Kinder übergeben. Dann haben die zwei Männer quasi die drei Kinder da hinten zwischen den Kisten mit Whisky unter den Teppichen versteckt. Und Lumumba hat sich verabschiedet. François hat sich tatsächlich erinnert, als ich interviewt habe, an diese Situation, dass ihm sein Vater quasi die Hand auf die Schulter gelegt hat. Und gesagt hat, mein Sohn, ihr werdet jetzt nach Kairo gehen, ihr werdet dort die Schule beenden und irgendwann werdet ihr wieder hierher zurückkommen. Euer Land braucht euch, ihr müsst mir versprechen, ihr werdet irgendwann wieder hierher zurückkommen. Und ja, hat sie fahren lassen. Und auf dem Weg nach draußen, so haben mir das die Kinder von Ishak beschrieben, hatte er natürlich eine Heidenangst, dass er auffliegt. Und das ist aber nicht passiert. Er hat nochmal ein paar Whiskyflaschen ausgegeben und ist relativ gut durchgekommen. Der eigentlich heikle Moment war am nächsten Tag, ich meine, es sei der nächste Tag gewesen, die haben dann die Nacht quasi in der ägyptischen Botschaft verbracht und am nächsten Tag sind sie zum Flughafen gefahren und wollten wegfliegen. Und am Flughafen hat ein dänischer Soldat die Pässe kontrolliert und hat sich dieses Foto dieser drei schwarzen Kinder angeschaut und hat sich den Ishak angeschaut, der weiße Haut hatte und hat gesagt, bist du sicher, dass das deine Kinder sind? Und dann hat er geantwortet, es ist kein Verbrechen mit einer schwarzen Frau, Kinder zu haben und ist durchgelassen worden. Und dann ist er mit den drei Kindern nach Kairo geflogen und hat seiner Frau, die nichts davon wusste, offenbart. Die wir sich gefreut haben, sie hat drei weitere Kinder über Nacht geboren. Genau, zusätzlich zu den drei eigenen, die es schon gab. Ja, diesmal hat der Mann die geboren sozusagen. Das war eine rührende Geschichte. Eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe ja mit diesen zwei, also mit der Tochter Ishaaks und seinem Sohn, seinem ältesten Sohn gesprochen. Und wie die erzählt haben, wie diese sechs Kinder gemeinsam aufgewachsen sind. Also jedes ägyptische Kind hat quasi ein kongolesisches Kind bekommen, die haben sich dann die Betten geteilt, die haben sich die Schränke geteilt und die sind über die Jahrzehnte, sie haben ja lange, lange dann in Kairo gelebt, quasi zu wahren Geschwistern geworden, bis heute in Kontakt. Und ja, also dieser Freund Ishaak, der hat sein Versprechen wahrgemacht. Ja, ein echter Freund. Sagen wir, wie alt ist jetzt die Republik Kongo gewesen? Vier Monate, ne? Am 27. Oktober ist der da mit seinen Whiskyflaschen durch den doppelten Ring gefahren. Genau, vier Monate. Auch Lumumba wird aus dem Hausarrest fliehen, ganz ähnlich versteckt in einem Auto. Und natürlich geht sofort die Suche los nach ihm. Devlin, der CIA-Agent, besorgt einen Suchhubschrauber und wenige Tage später wird Lumumba festgenommen. Ins Gefängnis gesteckt. Weil er nicht über einen Fluss kommt. Keine Brücken. Er wartet auf die Fähre. Er kommt nach Leopoldville, wo Mobutu auf ihn wartet und wird ins Militärgefängnis gesteckt. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie aber nicht. Das stimmt, es geht weiter. Aber ich finde, lasst uns einmal ganz kurz, nur für eine Sekunde bei diesem Moment bleiben. Lumumba wird nach Leopoldville gebracht, wo Mobutu auf ihn wartet. In diesem Moment entsteht ein weltberühmtes Foto von ihm. Da wird er nämlich aus dem Flugzeug gerissen, kann man sagen, Lumumba. Er wird an den Haaren gezogen, er wird geschlagen, er wird getreten, er wird zu Boden gestoßen. Davon gibt es auch Filmaufnahmen, nicht nur Fotos. Und man sieht, wie Mobutu sich das anschaut und lächelt. Das hat mich umgehauen, als ich das gesehen habe. Wir sprechen von einem ehemaligen Freund, der ihn eh verraten hat, das ist völlig klar. Er hat ihn quasi verraten aus der Ferne. Es gab eigentlich in letzter Zeit keinen persönlichen Kontakt mehr zwischen den beiden. Aber jetzt treffen sie sich in dieser Situation und Lumumba wird maximal erniedrigt und Mobutu lacht darüber. Das fand ich schon bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Und du hast recht, das war nicht das Ende der Geschichte, weil er wurde dann inhaftiert. Und jetzt kommt der schlimmste Teil, jetzt kommt nämlich die Passion des Lumumba. Ja, weil auch im Gefängnis war es wieder so, wie vorher auch, Lumumba war auf einmal beliebt. Bei seinen Mithäftlingen, bei seinen Wärtern. Es stand sozusagen im Raum, dass er wieder freikommen könnte vielleicht, weil er flieht, weil ihm zur Flucht geholfen wird und so weiter. Und dann gibt es die Entscheidung Mobutus und Chombes und der Amerikaner und der Belgier. Also quasi die Mächte im Hintergrund verbünden sich gegen Lumumba und im Prinzip wird jetzt entschieden, ihn zu töten. Und das wird auf eine indirekte Art, sage ich mal, entschieden, zumindest von Belgien und den USA, die sagen, bringt ihn doch einfach nach Katanga. Es war völlig klar, sobald Lumumba in Katanga ist, wird er nicht überleben. Er war da persona non grata, er war der Erzfeind. Und es war völlig klar, Katanga war Anti-Lumumba-Land. Also bringt man ihn bewusst nach Katanga und dort sorgt John B. dafür, dass er direkt vom Flughafen weg, schon nach dem Flug wurde er schwer misshandelt. Es gibt eine Geschichte, der Funke an Bord, das war ein Belgier, der hat sich übergeben an Bord, weil er sich so geekelt hat vor der Folter, die Lumumba erdulden musste. Schon im Flugzeug. Und dann landet er dort, wird aus dem Flugzeug herausgestoßen und direkt in so ein Haus gebracht am Rande des Flughafengeländes und wird dort einige Stunden lang schwerst misshandelt. Auch von kongolesischen Politikern, John B. eingeschlossen, der Ministerpräsident. Der hat gleich selbst Hand angelegt. Der hat selbst Hand angelegt, ihm bei sein belgischer Offiziere. Und dann in dieser Nacht wird Lumumba zusammen mit zwei Mithäftlingen in den Wald gefahren und dort erschossen. Von Soldaten, von Katanga, die unter belgischem Kommando stehen. Nach allem, was wir wissen. Es ist nicht genau geklärt. Das wird man wahrscheinlich nie erfahren, wer die Kugel abgeschossen hat. Aber wir wissen, dass Belgier anwesend waren. Wir wissen auch, welche Belgier anwesend waren. Wir kennen teilweise schriftliche Aufzeichnungen von denen. Die meisten sind tatsächlich tot. Ich glaube sogar, dass mittlerweile alle tot sind. Ein belgischer Polizeikommissar schreibt in seinen Taschenkalender, 9.43 Uhr, El, tot. Und nochmal, hier könnte die Geschichte zu Ende sein, aber sie ist immer noch nicht zu Ende. Denn selbst vor dem toten Lumumba haben die Belgier enormen Respekt. Man wollte unbedingt verhindern, dass ein Heiligenkult, dass ein Märtyrerkult entsteht um Lumumba. Also hat man, ich meine, zwei Wochen nach der Erschießung einen Belgier angewiesen, dort hinzufahren, wo Lumumba notdürftig verscharrt war, muss man sagen, die Leiche auszugraben und zu beseitigen. Und das hat er gemacht mit seinem Bruder zusammen. Es gibt ein flämischsprachiges Manuskript, das dieser Mann später geschrieben hat. Ich habe das mir übersetzen lassen und gelesen bei der Recherche. Das gehört zu den bestialischsten Sachen, die ich je gelesen habe. Ich will das gar nicht im Detail schildern, aber die haben die Leiche ausgegraben und in Säure aufgelöst. Also dann alles getan, um alle sterblichen Überreste Lumumbas zu beseitigen. Er wurde mehrfach ermordet, nicht? Er wurde nach seinem Tod immer wieder ermordet. Erst wurde er zerhackt, dann wurde er zersägt, dann wurde er mit Schwefelsäure übergossen und am Schluss wurde er noch verbrannt. Und dann wurde die Asche noch aus dem Fenster des fahrenden Wagens rausgestreut. So eine Angst hatte man vor dem. Alles wurde vernichtet, außer ein Zahn. Ja. Lumumbas Kinder sind quasi im Exil, im ägyptischen Exil. Und ihre Pflegemutter ruft sie einzeln zu sich und muss jetzt diese Todesnachricht überbringen. Wir müssen jetzt gleich einen Zeitsprung machen, aber ich möchte einen kleinen historischen Zwischenstopp machen. Sechs Jahre später, 1966, wird Lumumba doch ein Denkmal errichtet. Und zwar von seinem Freundfeind, von Mobutu. Wie kommt es dazu? Es hat einiges stattgefunden in der Zwischenzeit. Mobutu heißt inzwischen nicht mehr Joseph Desiree Mobutu, sondern Mobutu, Sese, Seko, Kuku, Nkebendu, Va, Zah, Banga. Ja, Mobutu hat sich in den Kopf gesetzt. Ja, und Kongo heißt Zairee. Ja, und Leopold Will heißt Kinshasa. Und Stanley Will heißt Kisangani. Elisabeth Will heißt Lumumbashi. Also Mobutu hat gesagt, wir tilgen alles, was an Europa erinnert, aus der kongolesischen Gegenwart. Es findet im ganzen Land eine Welle der Umbenennung statt. Und diese quasi Afrikanisierung oder Sairisierung, wie er sie manchmal auch genannt hat, hat auch zur Folge, dass er sich erinnert an den einstigen Hoffnungsträger des Kongo, an den Nationalhelden, an die Lichtgestalt Patrice Lumumba, seinen ehemaligen Freund. Und was er jetzt versucht, in dieser gigantischen Propagandashow, ist sozusagen seinen Verrat am Freund zu tilgen und sein Andenken für sich politisch zu instrumentalisieren. Er baut ihm im Westen Kinshasas ein riesiges Monument, hässlich ohne Ende, ein Betonturm oder vier Türme letztlich, die an eine Rakete erinnern sollen, die sozusagen die Lichtgestalt Lumumba und so weiter. Also gigantomanische, verquere Idee. Bist du da gewesen? Ich bin da gewesen. Ja, ich bin da gewesen und hab mir das angeschaut und versucht damit halt irgendwie diesen Namen Lumumba jetzt für sich zu instrumentalisieren. Wir werden Mobutu ja noch eine eigene Folge widmen, darum machen wir das jetzt ganz kurz. Eigentlich ist Mobutu kein Deut besser als die belgischen Kolonialherren vorher. Er beutet dieses Land für sich aus, er häuft Reichtümer an, er hat mehrere Residenzen in Europa, er zelebriert eine irre Show, er holt Muhammad Ali und George Foreman in den Dschungel, Rumble in the Jungle, der berühmteste Boxkampf quasi aller Zeiten. Er lässt Misswahlen veranstalten, also er macht da einen riesigen Budenzauber, Brot und Spiele so ein bisschen. Also er lenkt davon ab, dass er im Hintergrund eigentlich alles einkassiert und versammelt und ausbeutet, was nur geht. Lass uns einmal noch zu Juliana, weil du hast ja die Geschichte von dem Zahn kurz angedeutet und die hat was mit Lumumbas Tochter Juliana zu tun. Ja, also ich hab ja mit den Nachkommen, soweit es mir möglich war, gesprochen und man merkt den an, dass diese Geschichte immer noch so gärt in ihnen, einfach weil es nie Gerechtigkeit gab. Es wurde nie einer der Verbrecher, die an diesem Mord beteiligt waren, an Lumumba zur Rechenschaft gezogen. Es gab keine Gerechtigkeit. Und Juliana und auch François haben beide auf ihre Art jeweils versucht, so ein kleines Stückchen Gerechtigkeit vielleicht herbeizuführen. Und Juliana eben, indem sie versucht, den letzten bekannten sterblichen Überrest ihres Vaters zurückzuholen in den Kongo. Es war nämlich so gewesen, es kam heraus, dass dieser belgische Offizier, der dafür zuständig war, die Leiche zu beseitigen, hat einen Zahn Lumumbas für sich behalten, als Andenken. Davon wusste jahrzehntelang niemand etwas, bis seine Tochter, er war mittlerweile verstorben, ein Interview gab und während des Interviews plötzlich diesen Zahn hervorholte. Grauenhaft. Und der wurde dann tatsächlich analysiert, es gab eine DNA-Analyse und es wurde festgestellt, tatsächlich ist das Lumumbas Zahn. Und daraufhin schrieb dann Juliana im Sommer 2020 einen Brief an den belgischen König und bat darum, dass dieser Zahn beschlagnahmt wird in Belgien und zurückgeführt wird in den Kongo. Und dann flog sie gemeinsam mit ihren Brüdern und einer kongolesischen Delegation im Sommer letzten Jahres 2022 nach Brüssel und bekam dort vom Premierminister eine Schatulle überreicht, in der sich der Zahn befand. Die Familie brachte ihn zurück in den Kongo, wo er auf eine lange organisierte Reise geschickt wurde, also der Sarg aus edlem Tropenholz aus dem kongolesischen Regenwald gefertigt. Darin der Zahn ging auf eine Reise durchs ganze Land, vom Geburtsort in der Provinz nach Kisangani, wo Lumumba bei der Post gearbeitet hat, nach Lumumbashi, also Katanga, wo er ermordet wurde. Und dann am Ende zurück nach Kinshasa in die Hauptstadt, wo ihm eben im Schatten dieses hässlichen Raketenturms, dieses Monuments, das Mobutu Lumumba hat bauen lassen, ein kleines Mausoleum gebaut wurde. Und dort befindet sich der Zahn heute. Aber zum Abschluss hast du noch eine Begegnung gehabt und die interessiert mich. Das ist die Begegnung mit Etienne Davignon. Und die würde ich zum Abschluss noch gerne hören. Wer war das und warum hast du ihn besucht und was hat er gesagt? Ich habe ja gerade erzählt, dass Juliana und François unterschiedliche Wege hatten, um mit dieser Geschichte heute umzugehen. Juliana hat den Zahn zurückgeholt und ist dafür sehr gefeiert worden im Kongo. François hat eine Klage erhoben oder eine Klage einreichen lassen in Belgien mit Hilfe eines belgischen Anwaltes. Und zwar hat er die zwölf Belgier, von denen er der Überzeugung ist, dass man sie wirklich namentlich sozusagen in Verbindung bringen kann mit Lumumbas Tod. Verklagen lassen. Das war schon 2011. Die belgischen Behörden kamen nicht so richtig in die Puschen. Das schleppte sich so hin über die Jahre. Und von diesen zwölf Angeklagten sind mittlerweile zehn gestorben. Der Elfte, als ich recherchiert habe, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, ob der überhaupt noch lebt. Es könnte auch sein, dass er schon gestorben ist. Der Zwölfte aber, Etienne Davignon, den habe ich gefunden und überzeugen können mit mir zu sprechen in Brüssel. Der ist mittlerweile 91 Jahre alt. Als ich ihn gesprochen habe, war er 90. War er denn bei der Ermordung dabei? Nein. Aber es lässt sich zumindest nach Ansicht von François und der Leute, die sich sozusagen juristisch mit auseinandergesetzt haben, nachweisen, dass er mindestens mittelbar Kenntnis von dem Mordplan hatte. Also konkret. Etienne Davignon, muss man dazu sagen, ist mit 27 damals in den Kongo geschickt worden als junger belgischer Mitarbeiter im Außenministerium. Hat dann eine steile Karriere hingelegt. EU-Kommissar geworden. Zum Beispiel EU-Kommissar geworden, ja. Vizepräsident der EU-Kommission. Ein Dinosaurier, sage ich mal, in der belgischen Politik. Gehört zur High Society, war lange liiert mit der Tochter des belgischen Premierministers und so. Also der gehört wirklich zum Who is Who der belgischen Gesellschaft. Und ihn habe ich getroffen in seinem Büro in Brüssel und habe ihn gefragt, ob er sich Sorgen macht wegen dieser Klage, die gegen ihn erhoben wird. Und dann hat er nur müde gegrinst, hat an seiner Zigarre gezogen und hat gesagt, nee, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also der weiß genau, dass da nichts passieren wird. Und ohnehin hat er sozusagen, das fand ich sehr schockierend, alles, was damals passiert ist, ja, abgetan. Wer interessiert sich denn heute noch dafür? Lumumba, das ist doch längst vergangene Geschichte. Also es gab zum Beispiel auch eine Sache, da hat er gesagt, ja, da gab es diese Unruhen, das steht gar nicht im Text, aber darüber habe ich länger mit ihm gesprochen. Es gab so einen Vorfall im Jahr 1959 vor der Unabhängigkeit, da gab es Unruhen und es ist völlig klar, da sind hunderte von Menschen gestorben. Es war eine Art Massaker. Und Davignon sagte, ja, da sind halt zwei, drei Leute gestorben. Diese Attitüde hat mich wirklich schockiert. Es war Kolonialattitüde, das ist wie das alte Leopold Will, war das, was da aus ihm gesprochen hat. Der 27-jährige Etienne Davignon war damals übrigens auch im Saal, als Lumumba seine berühmte Rede gehalten hat. Und was sagt er heute darüber? Immer noch ein Affront. Ein Affront. Danke, Bastian, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Ja, das war eine große Geschichte. Sehr gern. Danke, Bastian. 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 Untertitelung des ZDF, 2020